Ich werde Ihnen helfen. Sie sind so nett, Mister. Sie sind nett. Sie sind ein netter Mensch. Das weiß ich. Bitte, sagen Sie mir, was ich tun soll. Sie müssen mir helfen. Mir ist es so kalt. Ich habe Hunger. Wissen Sie, dass Sie ganz übel riechen? Sie stinken nach Scheiße. Wissen Sie das? Oh, es tut mir leid. Es ist nur... Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe nichts mit Ihnen gemeinsam. Oh, danke, Mister. Danke sehr. Es ist so fürchterlich kalt. Weißt du, was für eine Niete du bist? Hm? Danke. Untertitelung des ZDF, 2020